Auto von Amokjäger in Österreich gefunden, Polizei warnt, Lebensgefahr vor Ort. Vier Tage ist es schon her, seit der Jäger Roland Drexler, 15. in Oberösterreich mutmaßlich zwei Menschen tötete. Der Mann ist seither auf der Flucht. Am Freitag konnte die österreichische Polizei nun zumindest einen ersten Anhaltspunkt vermelden. Das Auto Drexlers wurde nach einem Tipp aus der Bevölkerung in einem kleinen Waldstück in Arnreit im österreichischen Mühlviertel gefunden. Die Polizei bestätigte den Einsatz gegenüber heute und ergänzte, es herrscht Lebensgefahr vor Ort. Die Situation sei äußerst unübersichtlich. Der Täter könne sich noch in der Nähe aufhalten. Hier wurde der Wagen gefunden. Auch ein Schuss ist laut der Bezirksrundschau bereits gefallen. Die Beamten öffneten mit einer Waffe einen Wohnwagen, in dem sie den Verdächtigen vermuteten. Die Bewohner sind derzeit aufgefordert, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Die Polizei forderte außerdem dazu auf, keine Falschmeldungen über Social Media zu verbreiten. Drexler hatte am Montag mutmaßlich den Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau, Franz Hofer, ÖVP, sowie eine weitere Person erschossen. In der Folge wurden rund 50 Personen unter Polizeischutz gestellt, weil weitere Opfer befürchtet wurden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017